jetzt herzlich willkommen zurück bei du für ufm und world war set leider haben wir es nicht ganz geschafft am letzten mal der zugführer ist gestorben aber wir gelogen besserungen und versuchen es jetzt entsprechend schöner hin zu bekommen dann mal los hier die größten teil käme mittlerweile schon klatsch wegen sputen wir uns mal ein wenig weil es ist ja schon bekannt das heißt good luck and have fun ok ok gehen wir gleich mal rein das war ja genau stimmt sehr schön ich mach mal den screamer gleich weil der regt mich sowas von auf ja so ich mache hier ein das soll ein besser sein das ist ein besser bin und aktiviere schalter und tür sehr gut naja so sehr schön ok dann aber mit dem scheiß ich angefangen und zurück das war so oder achte den und eben den ach so das schon aber ich soll dann auch ja wohl habe ich alles habe ich alles wer pfeift denn da immer was sind die zombies ok wir können jetzt gleich weiter hier ne ok ok so 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 wo wo sind die gleichen geschütz ausstellen ich habe eine sprengleitung gefunden fragt sich nur noch wo sie einsetzen wollen müssen können ich komme zu dir komme zu hier hier sehr schön wo ist der streamer, wo ist er? da oben, ne? genau ich sehe da nicht ja, sorry dass ich dich angst hehehe sehr schön, das wird was jetzt kommen wir zu ich habe noch einen Hilfpack jetzt kommen wir wieder da hinten, da oben rauf, ne? zu dem Loch genau blochen blochen Nudels hehehe dafür ohne Kuchen oh, halt ich habe hier eine Tür, die ich auch sprengen kann die spreng ich mal eben auf dann sprengen wir auf ob was Gutes drin ist bumm so, was haben wir da? automatische Schusswünsche ok, was ist hier? automatische Schützturm ok dann haben wir hier noch einen Raketenwerfer und Kampfgewehr oder Scharpschützengewehr ok ok ok, aber den den Turm habe ich mitgenommen der wird wahrscheinlich nicht verkehrt sein ok Gut, ich mach mal hier den... Ah, es geht doch gar nicht. Doch, jetzt geht er. Okay. Fan-Switch 1. Akku hier. Mich haben sie, mich haben sie, mich haben sie. Ah, ich seh's. Ach, ist ärgerlich, dass ich fand, das sind drei lächerlichen Zollens. Hahaha. Oh, 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 oh. Okay. Ich hab gedacht, da liegt wieder diese schöne Flinde, aber ich hab mich getäuscht. Naja, die wechseln immer durch. Okay, jetzt müssen wir erst einmal kurz hier am... am Ding ran grabbeln, oder? Genau. Und jetzt wird er wahrscheinlich sagen... Ich hab auch umgesiegt. Okay. Look for the key. Sorry, ich hab gedacht, den ersten, den ich nur das suche, der hat man. Hahaha. Okay, das ist auch einer. Oha. Okay. Hab ihn. Oh, 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 oh. Also, wenn du es hier hinschaffst, bin ich ein An-An-Verbandstasten. Oh, er hat mich, hat mich! hier ist ein verbandskasten versuche ich mal den bilder da nicht auszuschalten dankeschön sehr gut ok screamer ist weg ok ventilation läuft aber jetzt habe ich die falsche pistole gehabt mensch granaten durchgeschossen durch die situationen gar nichts gebracht ok also wieder eine etage tiefer wahrscheinlich wobei es dann gleich der punkt ich sehe gerade gar nicht hier unten ok hier haben wir noch mal vielleicht finde ich den nicht mehr ich habe gedacht ich kann noch mal in aller ruhe da unten die leichen durchsuchen aber nein hier ist ein hilfpack aber schauen dass wir die 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 hier angel und sowas dass wir den auch hochheilen ok session ich höre mal kurz neue munition sehr gut ok wieso geht jetzt ja die treppen nicht hoch Jetzt spaktisch bin und ich bin da unten gefangen, da kann ich immer rumkotzen. Wenn du die Treppen nicht hochlaufen kannst, das gibt es doch nicht. Jetzt bin ich wieder oben. Ah, sehr gut. Gerade am Poll an der Dingkang geht echt vor. Das ist ja gut. So, Angel, wo bist du? Da bist du. Komm, geh mit mir! Ich stehe dich in der Kampf. Danke, Mann. Okay. Ah, manchmal, das ist schon manchmal sehr... Äh... Okay, mehr oder weniger, sind wir fit? Mhm. Ich glaube, das war das, wo wir jetzt hochfällen müssen. Mhm. Machen wir es für einmal. Ja. Mensch, schnell einmal kurze Kisten kann man eröffnen. Na ja, guck, bei einer aktuellen Situation ist das auch ein bisschen, äh, so... Ja, ja, ich hab gedacht, das Sekunden hab ich schon Zeit, aber nein! Hahaha. Drei Machete macht schon gute Arbeit. Das stimmt, die hab ich bis jetzt ganz vernachlässigt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, ja, ich hab noch nie behauptet, dass ich ein Profi-Gamer wäre. Aber, haha, macht trotzdem Spaß. Und das ist die Hauptsache. So, mal schauen, was wir jetzt mal besser schaffen, ne? Ja, jetzt sind wir ja schon da, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, das ist ja auch nicht schlechte Granatwerfer, ne? Ja, im Prinzip auch nicht, das stimmt. Aber trotzdem fällt mir mal ein anderes besser. Ja, und die Captain Zäger hab ich auch noch. Und jetzt kann man dann gleich diesen Tunnelbohrer aktivieren, der dann die Horden weg macht, hoffe ich. Stimmt, das haben wir jetzt mal auch erst viel zu spät gesehen, ne? Ja, ja, okay. Stevie, wir sind zurück in den Hauptschluss. Ja, ich habe überraschendet, wenn ich ein Mann hätte, hätte ich meinen Arsch verloren. Jetzt öffnen die Tür. Wir gehen zur zweiten Tür-Schlüssel. Okay. Die Tür sollte öffnen. Muss man gleich mal das Automatik-Ding hier herstellen. All der Turret bereit ist. So, Tunnelbohrer hab ich aktiviert. Also hier muss man verteidigen, ne? Thanks. Wir müssen bloß den Zug gescheit verteidigen von beiden Seiten. So, ich setze hier nochmal so eine Automatik-Ding hin. Auf die andere Seite rüber. Na, da ist noch gar nichts, okay. So, die Granat hat gut gesitzen. Ja. Und hier schaut's gut aus. Schaut gut aus, ja. Ich darf da nochmal Granat hin. Sack. So. Müssen wir uns eliminieren. Da hinten irgendwo. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen, oder was? Ne, das ist die Horde, die gemeint ist, ne? Jetzt muss ich mal da... Ich geh mal da hoch, weil ich glaube, da habe ich oben den Tunnelbohrer. Weil wenn ich den aktiviere, haben wir weniger Sorgen. Ah, ja. Ja, sehr gut. Ich brauche bloß Verteidigung bei mir hinten. Ich habe zwar noch den automatischen... Da. Ah, das war doch jetzt ganz gut, ne? Ja. Ja. Wenn wir so durchwalten können, dann... ... sind wir auf... ... der guten Seite. Was ist das? Zombies dringen in den Zug ein? Oh. Fuck, auf der anderen Seite. Ja, es wird, es wird. Ich bräuchte noch, ich bräuchte noch irgendwie ein Gewehr, ja, da haben wir eins. War mal ganz gut gemeistert, glaube ich, bis jetzt. Auf jeden Fall war keiner in den Zug angelassen, also so gut es geht zumindest. Ja. Huh. Schwab eliminiert. Leckofetto. Yeah. Bam. Siehst du mal, das Ganze in 21 Minuten und 50 Sekunden. Wenn man weiß, was passiert, ist man zu viel schneller, ne? Ja, das stimmt. Also, die Yanks haben keinen Sinn der Humor. Jetzt schau mal auf, wir sind auf einen blöden Train. Yeah. Sieg. Die Geisens. Okay. Mal schauen, was er jetzt noch lädt. Okay. Einfach nur die Endstatistik. Okay. Okay. Sehr schön. Nächste Episode von Folge 1 New York. Genau. Somit recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und für die Geduld. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann Like nach oben. Ihr wisst ja. Und palim palim. Und die Glocke nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Ciao. Und da Connie.